Da der Bolt Clash B06 ohne OSD und DSHOT ist, habe ich beschlossen einen selber zu bauen. Hier verwende ich die BR0703 Motoren, die identisch mit den Bolt Clash Motoren sind. Da diese zu lange Schrauben haben, musste ich aus einem dicken Kabelbinder mir Unterlegscheiben ausstanzen. Nun kann ich alle 4 Motoren montieren, das Gewicht vom Frame mit Motoren ist 14 Gramm was fast gleich so viel ist wie bei Bolt Clash B06. Bei dem Star 4 ESC entferne ich den Schrumpfschlauch um Gewicht zu sparen. Die 4 Motoren werden an den ESC angelötet und ein JST PH 2mm Stecker angebracht. Den ESC habe ich am Frame mit Zahnseide befestigt. Die Steuerungskabel von den Motoren habe ich mit dem passenden Stecker zum F3 Flugcontroller ausgetauscht. Der F3 Flugcontroller ist ein Omnibus mit OSD. Für den FC habe ich eine Adapterplatte aus einem Stück Kunststoffdeckel ausgeschnitten. Bei dem Frame Kit ist eine Kamerahaube dabei. In die Haube passt perfekt die kleine All in One FPV Kamera. In der Haube muss die Kunststoffhalterung der Originalkamera entfernt werden. Die Antenne der Kamera ist abnehmbar und mit dünnem Kabel so passt die Antenne durch die Schalteröffnung. Bei der Kamera habe ich zuerst ein Video In und Out Kabel angelötet. Hier muss nur eine Pin durchtrennt werden. Die Spannungsleitungen habe ich direkt an die Kamera angelötet. Die Kamera kann jetzt in die Haube eingesetzt werden und mit Heißkleber fixiert. An der Seite der Haube habe ich ein Loch für den Frequenzschalter gemacht. Die fertige Kamera Haube wiegt wie die Original Haube von B06. Hier sieht man den fest angeschraubten FC. So liegt der FC auf dem Gummidämpfern und ist gegen die Vibration der Motoren gut abgeschirmt. Fertige FPV Racer wiegt unter 28 Gramm und mit dem 260mAh Lipo ca. 35 Gramm. Die Flugzeit mit dem HV Lipo bezirkt knapp 3 Minuten. Das Lipo wird aber recht warm und ist bei Flug meistens unter 3,3 Volt. Besser ist hier der Original Akku mit 450mAh der eine Flugzeit von über 4,5 Minuten garantiert. Nach einem Absturz kann jetzt endlich das Turtle Mode verwendet werden, um den Whoop auf die Beine zu drehen. Dank T-Shot 600. Hier fliege ich den Whoop mit dem kleinen Betafly HV Lipo. So ist er schön leicht und fliegt sich dementsprechend aggressiver. Die LST S2 Kamera liefert ein gutes Bild in der Wohnung. Der 25mW Sender reicht vollkommen aus. Mit dem 450mAh Lipo und Bolt Clash erreiche ich hier 4,5 Minuten Flugzeit. Und nach einem Crash nutze ich mal wieder den Turtle Mode. Gerät миллиmہ. Rudy Pilser, der da istอก man wieder den Tit. Und dann kommt die Flasback hin. Dann kommt die Flasback. Und dann kommt die Flasback hin. Und dann kommt die Flasback. Und dann kommt die Flasback an mit Flasback an. Bei bei mir ist gut. Es gibt das Film. Ja, bei mir ist es, Leute, eurem daer. Mit mir ist, die Flasback an sich die Flasback an. Bis zum nächsten Mal.